In der Novembernacht 1938, als die Synagogen brannten, sah er einen General mit breiten, roten Streifen an der Hose, der wegschaute und vorbeiging. Bevor er mir das erzählte, fragte er mich in verzweifelter Bitterkeit, was ist das? Kleiner Kopf, großer Schnabel, lange rote Beine, steht mit den Füßen im Sumpf. Ein Storch, ein deutscher General. So Emy Bonhoeffer, geborene Dellbrück in ihren Erinnerungen. Klaus Bonhoeffer, geboren am 5. Januar 1901 in Breslau. 1918 als 17-Jähriger an der Westfront. Nach juristischen Studien in Tübingen und Heidelberg Promotion in Berlin. Aufenthalte zum Studium des internationalen Rechts in Genf, Amsterdam und in England. 1930 heirat mit Emy Dellbrück, zur gleichen Zeit Niederlassung als Rechtsanwalt in Berlin. Syndikus, schließlich Chef-Syndikus der deutschen Lufthansa. Frühzeitige Kontakte im politischen Widerstand. Am 1. Oktober 1944 verhaftet. Am 2. Februar 1945 zum Tode verurteilt. Am 23. April 1945 erschossen. Klaus Bonhoeffer gehörte mit seinem Schwager Rüdiger Schleicher, der Ursula Bonhoeffer geheiratet hatte, und seinem Schwager Hans von Donani, der Christine Bonhoeffer geheiratet hatte, zu den treibenden Kräften des militärischen Widerstandes, dessen letzter Versuch am 20. Juli 1944 scheiterte. Gemeinsam mit ihnen steht er aber auch im Schatten der medialen Aufmerksamkeit, die einem Dietrich Bonhoeffer zuteil wird, der in der evangelischen Welt zu einem Säulenheiligen zu verkommen droht. Klaus Bonhoeffer kannte seine Bibel gut. Er hat sie nicht studiert. Er hat Jura studiert. Sein Bruder Karl Friedrich beschreibt ihn folgendermaßen. Er war ein bewusster, doch liberaler Christ, der es sich mit seinem Glauben nicht leicht gemacht hat. Die Worte, dein Reich komme aus dem Vaterunser. Und der Vers, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige zufallen. Aus Matthäus 6, Vers 33. Waren für ihn von zentraler Bedeutung. Sein eigenes Streben nach Recht und Wahrheit sah er durchaus in diesem Sinne. Er war ein Mann von leidenschaftlichem Gerechtigkeitssinn. Das trieb ihn in den Konflikt. Schon früh war ihm klar, dass es keinen Sinn macht, der Schlange auf den Schwanz zu treten, sondern, dass man ihr den Kopf abschlagen müsste. Und schon früh war ihm klar, dass hier nur das Militär in Frage kam. Und so suchte und fand er zusammen mit Rüdiger Schleicher und Hans von Donani früh den Weg zu Wilhelm Canaris und Hans Oster in die Abwehr der Heeresgruppe Mitte. Ostern 1945. Genehmigter Brief. Berlin-Lehrter Straße 3. Meine lieben Kinder, ich werde nicht mehr lange leben und will nun von euch Abschied nehmen. Das wird mir sehr schwer, denn ich habe jeden Einzelnen von euch sehr lieb. Und ihr habt mir nur immer Freude gemacht. Ich werde nun nicht mehr sehen, wie ihr heranwachst und selbstständige Menschen werdet. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ihr an Mamas Hand den rechten Weg finden werdet und dann auch von Verwandten und Freunden Rat und Beistand finden werdet. Liebe Kinder, ich habe viel gesehen und noch mehr erlebt. Meine väterlichen Erfahrungen können euch aber nicht mehr leiten. Ich möchte euch deshalb noch einiges sagen, was für euer Leben wichtig ist, wenn euch auch manches erst später aufgehen wird. Vor allem haltet weiter in Liebe, Vertrauen, Ritterlichkeit und Sorge fest zu Mama, solange Gott sie euch erhält. Denkt immer, ob ihr nicht irgendeine Freude machen könnt. Wenn ihr einmal groß seid, wünsche ich euch, dass ihr eurer Mutter so herzlich nahe bleibt, wie ich meinen Eltern geblieben bin. So recht versteht man seine Eltern nämlich erst, wenn man selbst erwachsen ist. Ich habe Mama gebeten, bis zum Ende bei mir zu bleiben. Es waren schwere, aber herrliche Monate. Sie waren auf das Wesentliche gerichtet und von der Liebe und der starken Seele eurer Mutter getragen. Ihr werdet das erst später verstehen. Haltet auch ihr Geschwister fest und immer fester zusammen. Dass ihr so verschieden seid, ist jetzt noch manchmal Anlass zum Zank. Wenn ihr erst älter seid, werdet ihr dafür euch umso mehr geben können. Mal ein Zank ist nicht so schlimm. Tragt ihn aber nicht mit euch herum. Denkt dann an mich und gebt euch schnell wieder vergnügt die Hand. Helft euch, wo ihr könnt. Ist einer traurig oder missmutig, kümmert euch, bis er wieder heiter ist. Lauft nicht auseinander, pflegt, was euch zusammenführt. Spielt, singt und tanzt miteinander, wie wir es so oft gemacht haben. Schließt euch mit Freunden nicht ab, wenn ihr die Geschwister teilnehmen lassen könnt. Das festigt auch die Freundschaft. Ich trage an meiner rechten Hand den Ring, mit dem mich Mama glücklich gemacht hat. Es ist das Zeichen, dass ich ihr und auch euch gehöre. Der Wappenring an meiner Linken mahnt an die Familie, der wir angehören, an die Vor- und die Nachfahren. Er sagt, höre die Stimme der Vergangenheit. Verliere dich nicht selbstherrlich an die flüchtige Gegenwart. Sei treu der guten Art deiner Familie und überliefere sie Kindern und Enkeln. Liebe Kinder, versteht nun diese besondere Verpflichtung recht. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und für die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die rechte Haltung. Haltet stolz zu eurer Familie, aus der solche Kräfte wachsen. Stellt Ansprüche an euch und eure Freunde. Nach Anerkennung und Streben macht unfrei, wenn ihr sie nicht mit Anmut auch entbehren könnt. Und das gelingt nicht jedem. Hört nicht auf billigen Beifall. Die Menschen, die euch sonst begegnen, nehmt, wie sie sind. Stoßt euch nicht gleich an ihnen, was fremd ist oder euch missfällt. Und schaut auf die guten Seite. Dann seid ihr nicht nur gerechter, sondern bewahrt euch selbst vor Engherzigkeit. Im Garten wachsen viele Blumen. Die Tulpe blüht schön, aber duftet nicht und die Drose hat ihre Dornen. Ein offenes Auge aber freut sich auch am unscheinbaren Grün. So entdeckt man bei den Menschen meist verborgene, erfreuliche Seiten, wenn man sich erst einmal in sie hineinversetzt. Wer nur mit sich beschäftigt ist, hat dafür keinen Sinn. Glaubt mir aber, liebe Kinder, das Leben erschließt sich euch erst dann im kleinen Kreise und im Großen, wenn ihr nicht nur an euch, sondern auch an die anderen denkt. Sie miterlebt. Wer beim Musizieren sich nur an seine Stimme klammert oder gar nicht selbst hören will, dem entgeht das Ganze. Wer es aber recht erfüllt, lebt auch beim edlen Verklingen seines Instruments mit in den anderen Stimmen. Wenn ihr euer Leben so einstellt, wird es von diesem weiteren Geist ganz und gar durchdrungen. Es geht nicht nur darum, hin und wieder hilfsbereit einzuspringen. Das macht gewiss viel Freude. Wer aber herzlich dankbar annimmt, gibt oft mehr. Den Menschen gerecht zu werden, gehört dazu und wohlwollend an ihnen teilzunehmen, nie Spielverderber zu sein. Aus diesem Geiste entspringt dann ganz natürlich als Form des Umgangs auch die Höflichkeit, die euch, die Menschen, gewinnt. Pflegt sie als feine, lebenskluge Kunst des Herzens. Wer es versteht, die Menschen, die von Macht und Einfluss sind, Recht zu nehmen, ohne an innerer Einheit und Freiheit einzubüßen, kann damit viel Gutes bewirken. Es wäre töricht, seine Weltgewandtheit zu verachten. Ist sie euch nicht gegeben, so haltet euch in aller Unbefangenheit zurück. Doch das hat noch lange Zeit. Nur weil ich dann nicht mehr da bin, spreche ich jetzt davon. Ich wünsche euch, dass ihr, solange ihr jung seid, recht viel im Lande wandert und es in vollen Zügen und mit offenen Sinnen in euch aufnimmt. Beim Wandern hat man doch erst die rechte Muße, sich der Landschaft und den Eindrücken von Menschen, Dörfern und den schönen alten Städten ganz zu überlassen. Wenn man dann beim Wandern und beim Liedern singen die Fantasie von unseren Tagen in vergangenen Zeiten schweift, entsteht für euch versonnen unergründlich das Bild vom schönen deutschen Lande, in dem sich unser eigenes Wesen findet. Dann wendet euch nach Süden. Im nie erfüllten, sehnsuchtsvollen Drange nach besonderer Klarheit liegt unsere Kraft und unser Schicksal. Die Zeiten des Grauens, der Zerstörung und des Sterbens, in denen ihr, liebe Kinder, aufwachst, führt den Menschen die Vergänglichkeit alles Irdischen vor Augen. Denn alle Herrlichkeit des Menschen ist wie des Grases Blumen. Unter diesem Erlebnis führen wir unser Leben im Bewusstsein seiner Vergänglichkeit. Hier beginnt aber alle Weisheit und Frömmigkeit, die sich vom Vergänglichen dem Ewigen zuwendet. Das ist der Segen dieser Zeit. Überlasst euch nun nicht allein den frommen Stimmungen, die solche Erschütterungen hervorrufen, oder die in der Hast und Verwirrung dieser Weh aus einem Gefühl der Leere ab und zu hervorbrechen, sondern vertieft und festigt sie. Bleibt nicht im Halbdunkeln, sondern ringt nach Klarheit, ohne das Zarte zu verletzen und das Unnahbare zu entweihen. Dringt in die Bibel ein und greift selbst von dieser Weltbesitz, in der nur gilt, was ihr erfahren und euch selbst in letzter Ehrlichkeit erworben habt. Dann wird euer Leben gesegnet und glücklich sein. Lebt wohl, Gott schütze euch. In treuer Liebe umarmt euch euer Papa. Lebt wohl, Gott schütze euch. Als am 30. Januar 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht ergriffen, kommentierte mein Vater dieses Ereignis mit den Worten Das bedeutet Krieg. Ich war damals neun Jahre alt und erinnere mich noch deutlich eines anschließenden heftigen Wortwechsels mit einer anders denkenden, entfernten Verwandten, der damit endete, dass wir uns nicht, wie ich gehofft hatte, gemeinsam den spektakulären Fackelzug ansahen, mit dem Hitlers Anhänger diesen Tag feierten. Für Rüdiger Schleicher bestand von Anfang an kein Zweifel an der Skrupellosigkeit und Gefährlichkeit der nationalsozialistischen Bewegung. Und er musste daher das neue Regime zutiefst ablehnen. Diese Einstellung, die bald durch die Ereignisse gerechtfertigt wurde, war für ihn eine Sache des Gewissens und der Gerechtigkeit. Sie hat ihn schließlich in den Widerstand geführt, den er mit dem Tode bezahlt hat. So Hans-Walter Schleicher in seinen Erinnerungen über seinen Vater. Rüdiger Schleicher wurde geboren am 14. Januar 1895 in Stuttgart. Im August 1914 wurde er als Kriegsfreiwilliger schwer verwundet. 1919 nach juristischem Studium Eintritt in den Württembergischen Staatsdienst. 1922 als Assessor nach Berlin ins Reichsverkehrsministerium berufen. 1923 heirat mit Ursula Bonhoeffer. Bis 1939 zum Ministerialrat aufgestiegen, Leiter der Rechtsabteilung im Reichsluftfahrtsministerium, dann Honorarprofessor und Leiter des Instituts für Luftrecht an der Berliner Universität. Am 3. Oktober 1944 verhaftet. Am 2. Februar 1945 zum Tode verurteilt. Am 23. April 1945 erschossen. Eberhard Bethke, sein Schwiegersohn. In der schlimmen Zeit hatten sich einige warmherzigere Wächter des Vaters angenommen und entdeckt, was sie für einen Mann vor sich hatten. Bald wuchs der Kreis derer, die einen großen Teil ihrer Wachzeit in den Zellen 269 und 270, Klaus Bonhoeffer und Rüdiger Schleicher, verbrachten. Der Vater interessierte sich für jeden Einzelnen und wusste bald genau Bescheid über das Herkommen und über die Interessen der jungen, sogenannten volksdeutschen SS-Männer. Mit dem einen studierte er anhand von Karten die schönen Orte, die er mit dem Gesprächspartner im Frieden noch alle sehen wollte. Vom anderen ließ er sich erzählen, mit welchen Bräuchen eine schwäbische Hochzeit in Ungarn oder Siebenbürgen begangen wurde. Es gab manche, die vor mir mit einer schwärmerischen Begeisterung von der Nummer 270 sprachen, von Vaters warmherziger Güte und Interessiertheit, von der Selbstlosigkeit, mit der er Mitgefangene von seinen Paketen abgeben ließ. Darin vor allem übertraf ihn keiner im ganzen Haus, wurde mir berichtet. Die jungen SS-Männer hatten bei aller Abstumpfung und Schulung doch das deutliche Gefühl dafür nicht verloren, wie sich jemand in seiner schlimmen Lage abzufinden wusste. Das alles erklärt wohl, dass im Dezember plötzlich die Geige durch die Halle tönte. Ein Ereignis ohne Parallele in der Leerter Straße. So öffneten die Wachen jeweils seine Tür und nun trug der riesenhafte Raum den Ton durch unsere ganzen B-Flügel. Die Wachen wünschten Lieder und Schlager. Vater spielte die alten Volkslieder, eins nach dem anderen. Die Trio- und Quartettthemen, die Sonaten und Oratorienmelodien, die Vater so reichlich in seinem Gedächtnis bereit hatte, erschienen uns noch viel schöner und voller als draußen. Dann kam der schlimme Tag des Urteils. Als mich der Vater erblickte und ich mich dem Ereignis gegenüber völlig hilflos sah, winkte er freundlich herauf, lächelte so herzlich, dass ich vollends verwirrt wurde. Das allgemeine Urteil war, dass niemand so ungebrochen und aufrecht um den Gefängnishof herumging, dass niemand allezeit so freundlich und herzlich lächelnd grüßte wie Vater. Er fühlte sich wohl verantwortlich für die innere und äußere Haltung seiner Schicksalsgefährten und war nun der Halt von vielen anderen, frei und gelassen, hilfsbereit und tröstend. Das Todesurteil am 2. Februar 1945 war das letzte Urteil des berüchtigten Präsidenten des Volksgerichtshofs Roland Freisler. Tags drauf starb er durch eine Fliegerbombe. Genehmigter Brief Berlin, Leerterstraße 3. Erster Vierter 1945 Liebster Schatz, liebe Kinder, ihr sollt heute noch einen ganz besonderen Osterbrief kriegen, nachdem ich euch doch gestern nicht habe sehen können und noch einige Tage vergehen werden, bis es möglich sein wird. Von ganzem Herzen wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich weiß, ihr feiert im Luftschutzkeller und es ist noch kriegsmäßiger als sonst. Aber ihr seid innerlich fröhlich dabei und das ist doch die Hauptsache. Oder ist es nicht so? Du weißt ja, dass es mir gut geht. Liebste Ursel, bleib du selber zuversichtlich und guten Muts. Du weißt nicht, wie viel Ruhe mir allemal deine Bemerkungen bringt. Wenn ich euch ruhig weiß, bin ich zufrieden. Aber schone dich, so gut es geht. Schick mir unter keinen Umständen zu viel gute Sachen. Du hast mich ja in letzter Zeit über die Maße verwöhnt. Und das macht mich richtig unglücklich, weil ich weiß, dass es euch abgeht. Und nun einen Kuss jedem von euch und dir, mein Herz, einen besonderen. Alles Liebe, Vater. Genehmigter Brief Leerterstraße 3, 13.04.1945 Liebste Ursel, zunächst hab Dank für deine Liebe, die mich auf Schritt und Tritt umgibt und auch innerlich stärkt in meinem Dasein. Das Bewusstsein, dass du da bist und mir hilfst, gibt mir die größte Kraft. Hoffentlich geht nicht alles über deine Kraft. Ich und Tina 1 und Hans Walter und die ständigen Fliegerangriffe. Es ist für dich schon ungeheuer viel, was auf dir liegt. Und doch müssen wir froh sein und dankbar sein, dass alles bisher noch so gegangen ist. Und mit dir bin ich zugleich des festen Glaubens, dass alles noch gut werden wird und dass die jetzige Zeit für mich nicht vergeblich gewesen ist. Ich habe aus meiner unruhigen Hast und Beschäftigung mich wieder zur Ruhe und Konzentration gewöhnt. Wie wohltuend ist es doch, solch ein Werk wie Dellbrück ganz richtig und systematisch durchlesen zu können. Zwar bringe ich meist nie mehr als 80 Seiten am Tag fertig, oft nur 50, 60, aber das genügt schon. Dazu die täglichen ein bis zwei Spaziergänge bis zu einer Stunde, etwas Geige, Lesen im Alten Testament, zurzeit Psalmen und regelmäßig die Zeitung. So vergeht der Tag ganz gut und schnell. Im Bett liege ich meistens ab 8 Uhr oder noch früher, bis halb 7, also Zeit und Ruhe genug, trotz der unterbrechenden Alarme. Mit dem Essen hier ist es jetzt sehr knapp geworden und Leid tun kann einem, wer nur auf das Hiesige angewiesen ist. Hab Dank für deine ganz wundervollen Essen, die nicht besser und reichhaltiger sein können. Sei nur vorsichtig, dass ihr auch genug behaltet. Hans Walters Brief ist übrigens ganz reizend und zeugt von großer Reife. Grüß ihn nur von mir, von ganzem Herzen. Hoffentlich muss Dorothee nicht einrücken. Ich nehme aber an, dass nun so viele Arbeitskräfte an anderer Stelle frei geworden sind, dass man nicht auf 16-Jährige zurückgreifen wird. Du selbst, lass dich zärtlich umarmen. Grüße auch Christine besonders. Dein Mann. In der Nacht zum 23. April 1945 werden Rüdiger Schleicher, Klaus Bonhoeffer, Ludwig Sirks, Karl Adolf Marx, Wilhelm Zurniden, Richard Künzer, Friedrich Justus Perelts und Hans Jon aus dem Gefängnis Leerterstraße gezerrt. Und anschließend in einem Bombenkrater, das sich ebenfalls in der Nähe befindenden Dorotheenstädtischen Friedhofs durch Genickschuss von der SS ermordet. Dort befindet sich heute eine Gedenkstätte für die Ermordeten. Später wurden die Namen Dietrich Bonhoeffer und Hans von Donani hinzugefügt, deren Gräber unbekannt sind. Und anschließend in der Nähe befindet sich nun bei Ihnen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020